Ja, der Hut, den Adrienio Adress trägt, wurde von meiner BFM-Marie Mettisatz. Möchtest du auch etwas sagen? Gib es gleich! Was? Das ist... Ich glaube es einfach nicht. Oh, Ladybug-Blogger, eine spektakuläre Neuigkeit. Das ist Gabrielle Adress. Er ist schon ewig nicht mehr öffentlich aufgetreten. Wow. Sensation Nummer 2. Gabrielle Adress ist gerade aufgetaucht und das bedeutet, er muss, dass auf jedem Foto auch gerade zu sehen sein. Das war Gabrielle Adress, erster öffentlicher Aufstieg seit dem Verschwinden seiner Frau. Diese Mode war verhältnis Erraschung, denn Bob schockierend ist bereit.